Das 809 Pack Synth Riders auf der Oculus Quest. Ich grüße euch, ihr Schott für Helmholtz, ich bin Sascha und heute gibt es mal wieder ein bisschen Synth Riders bei mir zu sehen. Ja, Synth Riders hat ein neues Music Pack bekommen mit Sea of Spring, Bad Religion und noch vieles mehr. Drei kostenlose Lieder sind auch noch dabei und die spiele ich jetzt alle für euch auf dem Hard Modus. Mehr schaffe ich leider bei Synth Riders noch nicht und ich wünsche euch natürlich viel Spaß. Bevor ich jetzt in das Spiel abtauche und euch die neuen Tracks zeige, möchte ich euch natürlich an dieser Stelle nochmal ganz kurz daran erinnern, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. So und jetzt mal ein bisschen rockige Musik in Synth Riders. Ich wünsche euch viel Spaß. So Leute, ich bin im neuen Synth Riders Pack. Ich mache erstmal leiser. So, jetzt kann ich auch besser labern. Okay, das Ding hat fünf neue Lieder. Ihr hört schon, Sea of Spring, ne? Zwei Lieder sind dabei, Come Out and Play mit einer neuen Experience, Self Esteem ist dabei. Und Time Bomb von Rancid, Bad Religion, 21st Century, sollte man auch kennen. And Gave to Everything, The Interrupt Does. Okay, ich spiele wie immer die Paid Songs für euch, das wisst ihr. Das Ganze spiele ich dann natürlich immer auf Park. Ich wähle das erstmal aus. So. Und ich hoffe, jetzt kommt diese Experience, wenn ich da drauf drücke, weil das ist mit Experience. Und ich wünsche euch natürlich viel Spaß. 7,29 Euro, wie gesagt, das ganze Package einzeln, die Lieder 1,99 Euro. Ach ja, und bevor ich anfange, die drei bekommt ihr kostenlos, so oder so. So. Gut, dann bin ich gespannt. Ich mache wieder laut. Ab dafür. Genau, das ist die Experience. Do you want to play with the Experience? Na sicher doch. Ab dafür. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020